Hallo, hier ist Emma. Emma Magians. Es war ein Wunsch von euch, dass ich euch mal ein Rezept zeige mit einem Vorteig. Einem sogenannten Pat Fermentee. Dem komme ich wie immer gerne nach und daher gibt es heute die fantastischen Berliner Schrippen. Übrigens solltet ihr alte Schrippe zu keiner Frau sagen. Das nur so als kleiner Tipp. So fangen wir aber gleich damit an. Unter diesem Video findet ihr das Rezept. Ich habe jetzt hier heute das Hefepulver, also die Trockenhefe, die ich selber hergestellt habe. Das Video verlinke ich euch oben. Selbstverständlich findet ihr unten bei den Rezepten auch die Variante, wenn ihr das mit dem selbst hergestellten Hefewasser macht. Ganz einfach und unkompliziert, alles für euch. So und ich rühre das jetzt mal eben erstmal mit dem Wasser an, was im Rezept steht. Um das Hefepulver nochmal so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, hier erstmal sich zu akklimatisieren. So das wird so ein schöner Brei. Und das Tolle ist, ihr könnt diese Brötchen vorbereiten, wenn ihr nicht so viel Zeit habt. Denn das geht nachher alles nochmal in den Kühlschrank für zwei Tage. Also hier erst einmal das Hefepulver mit Wasser. Das decke ich ab und stelle es erst einmal zur Seite. Und lasse es so ein bis zwei Stunden lang bei Zimmertemperatur ruhen. Und hier kann man sehen, das Wasser hat sich richtig schön aufgesogen. Es ist ein fester Teig geworden. Und man kann auch schon die Luftblasen sehen. Also man könnte das jetzt wunderbar direkt weiterverarbeiten. Aber das geht jetzt erstmal für zwei Tage in den Kühlschrank. Wie gesagt, normalerweise würdet ihr das mit Hefewasser machen. Dann nehmt ihr das Weizenmehl, das Hefewasser, das Salz und gebt das dann in den Kühlschrank. Hier habe ich jetzt die 320 Gramm Weizenmehl, gebe da ein bisschen Honig hinzu. Dann habe ich hier meinen Pseudo-Vorteig, der kein Vorteig ist. Aber ich wollte euch das ja mit der Trockenhefe zeigen. Das war ja auch ein Wunsch von euch. Also habe ich jetzt probiert, beide Wünsche in einem Video zu kombinieren. So, das wäre jetzt theoretisch der Pathé Fermenté. In dem Fall Hefepulver mit Wasser. So und auf diesem Kanal dreht sich ja alles um die selbst hergestellte Hefe, das sogenannte Hefewasser oder auch die Wildhefe. Und auch wie ich die Trockenhefe herstelle. Das verlinke ich euch mal ganz oben rechts unter dem i, so ein paar Playlists. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen, wenn ihr hier komplett neu seid. So und jetzt gebe ich noch das Wasser hinzu. Dann habe ich hier die Milch. Das sind 40 Gramm. Und nicht zu vergessen, das Salz. So, aber da fehlt doch noch eine wichtige Zutat. Richtig, 10 Gramm Butter. Die müssen unbedingt in den Teig. Und das Ganze verknete ich dann ordentlich durch in meiner Küchenmaschine. Für meine lieben Zuschauer, die Dinkelmehl lieber mögen. Damit könnt ihr das selbstverständlich auch machen. Dann aber bitte nicht so exzessiv 10 Minuten lang kneten, sondern vielleicht so 5 bis 8 Minuten. So und das Ganze gebe ich in eine separate Schüssel und das stelle ich abgedeckt bei Zimmertemperatur einfach zur Seite, bis sich der Teig dann verdoppelt hat. Ja, ihr seht hier ein Posted. Das hat einfach den Hintergrund. Ich mache manchmal mehrere Projekte gleichzeitig. Und damit ich nicht durcheinander komme, markiere ich mir das. So und damit diese Berliner Schrippen auch wirklich perfekt werden, mache ich ein bisschen Stretch und Fold. Hier zeige ich euch das. Das bedeutet, alle paar Stunden nehme ich den Teig so circa 2 bis 3 Mal insgesamt. Ziehe den Teig von jeder Seite, also von insgesamt 4 Seiten, so hoch wie möglich auf die andere Seite. Am besten wässert ihr dabei eure Hände. Ihr könnt das auch weglassen. Ihr müsst es nicht unbedingt machen. Ich habe den Teig schon mal ausprobiert ohne Stretch und Fold. Ich finde aber, dann geht der nicht so schön auf. Aber probiert es mal aus und lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, wie es bei euch geklappt hat. Habt ihr Stretch and Fold benutzt oder habt ihr einfach den Teig so gehen lassen? So und das Ganze decke ich wieder ab. Stelle es zur Seite, damit der Teig schön weiter wieder aufgehen kann. Und da braucht ihr euch keinen Stress machen. Baut das in euren Alltag so ein, wie das gerade passt. Diese Stretch and Fold Methoden mache ich meistens am Wochenende. Zwischendrin spielen wir dann mit den Kindern oder machen irgendwie was. Haben in den Haushalten auch irgendwie was zu tun. Und zwischendrin gucke ich dann immer, dass ich so ein bisschen den Teig falte und strecke. So ein bisschen klebrig ist er noch. Aber das ist gar kein Thema. Ihr helft dem Teig durch diese Streckmethode, dass der nochmal ein bisschen besser aufgeht dann später. Also ihr habt einen voluminöseren Teig. Und ja, gerade bei Brötchen ist es ja unheimlich wichtig, dass die schön fluffig werden. So, strecken und wieder rüberklappen. Und ihr merkt dann immer, dass der richtig kompakt wird. Bei manchen Teigen müsst ihr diese Methode sogar machen, weil sonst habt ihr echt ein ganz mieses Ergebnis. Das Jabata Baguette ist da wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür. So, hier könnt ihr sehen, hat sich noch nicht ganz so viel getan, aber jetzt. Ich hatte ihn dann länger stehen lassen. Ihr könnt die Luftblasen erkennen. Wahnsinn, oder? Also die Hefe arbeitet wirklich sehr gut, auch wenn es die Trockenhefe ist. Na ja, dann werden wir mal gucken, dass wir jetzt die Brötchen machen. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, geht es ja hier auf diesem Kanal alles um das Hefewasser und leckere köstliche Rezepte hierzu. Und wenn euch das Thema interessiert und ihr mehr darüber erfahren möchtet und ihr immer wieder neue Videos sehen möchtet über Informationen hierzu und auch, wie gesagt, diese köstlichen Rezepte, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr nämlich immer als erstes, sobald ein neues Video wieder hochgeladen wird. Und wenn euch dieses Video gefällt, gebt ihm einen Daumen hoch und dann teilt es unbedingt, damit noch ganz viele davon erfahren, wie einfach und leicht man mit der selbst hergestellten Hefe backen kann. So, und der Teig ist jetzt richtig einfach zu bearbeiten. Ich brauche weder Mehl noch Öl. Habe jetzt erstmal einen Kreis geformt, halbiere das und das viertel ich dann insgesamt, so dass ich aus diesem Teig ungefähr so acht Stückchen rausbekomme. Also, acht Brötchen kriegt ihr da raus. So, schön mit der Teigkarte. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich das so bearbeite, damit ihr da nicht nur meinen Arm seht, sondern auch das, was ich damit mache. So, und das Schlimmste habt ihr jetzt quasi schon hinter euch. Jetzt formt ihr die Brötchen. Wenn sie doch ein bisschen klebrig sein sollten, könnt ihr noch ein bisschen Mehl dazu geben oder dann eventuell noch ein bisschen Öl. Also, ich mache das manchmal ganz gerne, dass ich meine Hände so ein bisschen einöle. So, und dann hatte ich sie rund geschliffen, habe sie noch mal ein paar Minuten stehen lassen und dann ziehe ich sie so ein bisschen, dass sie eine ovale Form kriegen. Und ihr konntet das gerade sehen, ich hatte meine Hände tatsächlich eingeölt. Das fand ich jetzt am einfachsten. Und weil es ja sowieso quasi fette Brötchen sind, also so Fettbrötchen, weil Butter drin ist, fand ich das jetzt so gut. So, das Ganze geht auf dem Backblech und mit dem Einschneiden tue ich mir bei den Berliner Schrippen echt schwer. Ich habe das mit verschiedenen Möglichkeiten getestet. Normalerweise soll man das ja mit dem Stab machen. Das klappte bei mir nicht. Schlussendlich habe ich dann tatsächlich ein Messer genommen. Also, wenn ihr das mit dem Stab hinkriegt, ist das super. Ich habe das Messer noch mal ein bisschen bewässert, damit das besser durch den Teig geht. Und ihr dürft ja richtig bis nach unten hindurch gehen. So sieht das Ganze aus. Dann heize ich den Backofen vor auf 250 Grad Celsius, Ober- und Unterhitze. Dazu gebe ich noch eine Schüssel Wasser, die ich auf den Boden stelle. Und die Berliner Schrippen gehen dann bei 230 Grad dann hinein, für circa 10 Minuten mit dieser Schale Wasser. Ich besprühe sie beim Hineinschieben auch noch mal mit Wasser. Und danach werden sie noch mal 8 bis 10 Minuten ohne die Wasserschale gebacken. Und hier habt ihr das Ergebnis. Ich finde, von der Farbe sehen sie echt toll aus. Und hier beim Aufschneiden muss ich mal aufpassen.